Und damit willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. X-Norm meinte... Mark Philipp Junge. Erst als Mark Philipp Junge eingesendet, hier X-Norm, ist der Meinung, Kabinett der Fiesheiten. 0,46% Abschlussrate, Leute, mal ganz im Ernst, was soll denn das? Ihr wisst doch, dass ich es nicht schaffe. Wenn ihr es nicht wisst, dann fragt doch vorher. Ah, gut. Keine Ahnung, was er hier von mir will. Aber es soll ein bisschen an Kaiser erinnern. Ah, hm. Ich hab keinen Zeitdruck, ich kann mir jetzt schön Zeit lassen. Nein. Jetzt hat's halt grad gepasst von den Kettensägen. Oh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, geschafft. Ja. Ja. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, das ist... Hm. Oh. Episch. So. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einsendung des Levels bei dem lieben X-Norm. Ja? Ja, es war schwer. Es war herausfordernd. Aber es war jetzt zum Glück kein Shelljump dabei. Und es waren jetzt nicht so knifflige Sachen. Es war einfach herausfordernd. Aber ich denke mal auch, dass hier einige an ihre Grenzen kommen. Und deswegen... Mal gucken, wer da wirklich diesen Weltrekord von 2 Minuten 12 schafft. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Thor Drain. Tschö, tschö.